Warum du dein Fenster nachts immer offen lassen solltest, deine Körpertemperatur muss um circa 2 Grad sinken, wollte er sagen, da hat er recht und Experten-Tipp von mir von Lutzek, lass die Haustiere auch gleich offen. Und jetzt kommt noch kleiner Hinweis, ich habe gelesen, ich weiß nicht warum, aber man soll besser schlafen, wenn man Schmuck und Bargeld auf den Tisch lässt. Keine Ahnung, warum das so ist, aber das ist so.